Lektion 1 – Kunstverständnis Je nach Gemälde klingt der Besuch einer Kunstgalerie nach einer perfekten Aktivität für ein Wochenende. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Erkunden verschiedener Kunststile kann sowohl inspirierend als auch zum Nachdenken anregen. Absolut. Es ermöglicht uns, in verschiedene Perspektiven und Interpretationen einzutauchen. Kunst hat eine einzigartige Art, Emotionen hervorzurufen und Kreativität zu wecken. Das ist wahr. Es ist faszinierend, wie ein einzelnes Gemälde eine Vielzahl von Botschaften vermitteln kann. Jeder Pinselstrich und jede Farbwahl tragen zur Gesamtwirkung des Kunstwerks bei. Es ist interessant zu sehen, wie Künstler verschiedene Techniken verwenden, um ihren Ideen Ausdruck zu verleihen. Absolut. Einige Künstler bevorzugen realistische Darstellungen, während andere abstrakte Formen bevorzugen. Und es gibt Menschen, die mit unkonventionellen Materialien und unkonventionellen Methoden experimentieren. Das ist das Schöne an der Kunst. Es gibt keine Grenzen oder Einschränkungen. Der künstlerische Ausdruck ermöglicht endlose Möglichkeiten und individuelle Interpretationen. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Menschen dasselbe Kunstwerk wahrnehmen und sich mit ihm verbinden. Kunst kann ein mächtiges Medium sein, um Gespräche anzuregen und Dialoge anzuregen. In der Tat. Es ermutigt uns, neue Perspektiven zu hinterfragen, zu reflektieren und zu erkunden. Ich finde es faszinierend, etwas über den historischen Kontext und die Hintergründe berühmter Kunstwerke zu erfahren. Das Verständnis der kulturellen und historischen Bedeutung fügt eine weitere Ebene der Wertschätzung hinzu. Absolut. Es vertieft unser Verständnis und ermöglicht es uns, uns mit den Absichten des Künstlers zu verbinden. Der Besuch einer Kunstgalerie bietet auch die Möglichkeit, lokale Künstler und ihre Arbeit zu unterstützen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Unterstützung von Künstlern trägt zur Förderung von Kreativität und kultureller Vielfalt bei. Außerdem ist es eine Gelegenheit, aufstrebende Talente zu entdecken und die Entwicklung der Kunst mitzuerleben. Kunstgalerien organisieren oft Sonderausstellungen und Veranstaltungen, die das Erlebnis weiter bereichern. Die Teilnahme an Künstlergesprächen und Workshops kann Einblicke in den kreativen Prozess geben. Es ist immer inspirierend, direkt von den Künstlern zu hören und mehr über ihre Inspirationen zu erfahren. Absolut. Es ist, als ob man einen Einblick in ihre künstlerische Reise bekommt. Kunst kann auch als eine Form der Entspannung und des Stressabbaus dienen. Die Beschäftigung mit Kunst ermöglicht es uns, uns von unseren täglichen Routinen zu lösen und in Schönheit einzutauchen. Deshalb finden viele Menschen Trost und Inspiration darin, Selbstkunst zu schaffen. Ob Malerei, Bildhauerei oder eine andere Form, Kunst kann eine erfüllende und therapeutische Aktivität sein. Kunst hat wirklich die Macht, unser Leben auf unzählige Arten zu verändern und zu bereichern. Lektion 2 Kundenservice-Unterstützung Wenn Sie Probleme mit Ihrem Kauf haben, ist es wichtig, dass Sie sich sofort an den Kundendienst wenden. Sie helfen Ihnen bei der Lösung. Das ist ein guter Rat, John. Der Kundenservice ist da, um uns zu helfen und ein positives Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Absolut. Sie verfügen über das Fachwissen, um alle Probleme oder Bedenken auszuräumen, die wir möglicherweise haben. Es ist beruhigend zu wissen, dass es ein engagiertes Team gibt, das bereit ist, uns zu helfen. Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, ist es hilfreich, alle erforderlichen Informationen zu dem Problem bereitzustellen. Ja, je mehr Informationen Sie haben, desto besser können Sie das Problem verstehen und es lösen. Erläutern Sie das Problem klar und präzise und vergessen Sie nicht, Ihre Bestell- oder Kontonummer anzugeben. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie relevante Details angeben, können Sie Ihre Informationen schnell finden. Kundendienstmitarbeiter sind für den Umgang mit verschiedenen Situationen geschult. Zögern Sie also nicht, Sie um Rat zu fragen. Sie können schrittweise Anweisungen geben oder alternative Lösungen zur Lösung des Problems anbieten. Es ist wichtig, bei der Kommunikation mit dem Kundenservice ruhig und höflich zu bleiben. Ja, die Beibehaltung eines respektvollen Umgangs hilft dabei, ein positives und konstruktives Gespräch aufzubauen. Wenn das Problem komplex ist oder weitere Untersuchungen erfordert, bitten Sie möglicherweise um etwas Zeit, um es zu untersuchen. Geduld ist in solchen Situationen der Schüssel. Ihnen die nötige Zeit zu geben, zeigt Verständnis und Zusammenarbeit. Viele Unternehmen bieten mehrere Kanäle an, um den Kundendienst zu kontaktieren, zum Beispiel Telefon, E-Mail oder Live-Chat. Wähle den Kanal, mit dem du dich am wohlsten fühlst oder der am schnellsten reagiert. Einige Unternehmen haben sogar spezielle Kundensupport-Apps oder Social-Media-Konten für eine schnellere Unterstützung. Das ist praktisch. Es ermöglicht uns, auf eine Weise mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten, die unseren Vorlieben entspricht. Bei der Interaktion mit dem Kundendienst ist es wichtig, Aufzeichnungen über Ihre Gespräche zu führen. Es kann hilfreich sein, sich Notizen zu machen oder den E-Mail-Austausch zu speichern, um später darauf zurückgreifen zu können oder im Falle von Missverständnissen. Wenn der erste Kontakt mit dem Kundendienst das Problem nicht löst, zögern Sie nicht, es an einen Vorgesetzten oder Manager weiterzuleiten. Das ist ein gutes Argument, John. Hochrangige Vertreter verfügen möglicherweise über zusätzliche Ressourcen oder Befugnisse, um die Angelegenheit zu lösen. Denken Sie daran, dass der Kundenservice da ist, um Ihnen zu helfen. Sie möchten Ihre Zufriedenheit als geschätzter Kunde sicherstellen. Das ist wahr. Ihr Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht und alle Probleme löst. Wenn Sie also auf Probleme stoßen, zögern Sie nicht, sich an den Kundendienst zu wenden und dessen Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie die Initiative ergreifen, um Sie zu kontaktieren, zeigen Sie, dass Sie Ihre Erfahrung als Kunde schätzen. Absolut, Anna. Denken wir daran, den Kundenservice bei Bedarf als wertvolle Ressource zu nutzen. Ich habe versucht, mein Zuhause besser zu organisieren. Hast du irgendwelche Tipps, Anna? Absolut, John. Ein effektiver Tipp ist, Dinge, die Sie nicht mehr benötigen oder verwenden, zu entrumpeln und zu entsorgen. Das macht Sinn. Durch das Wegräumen unnötiger Gegenstände kann mehr Platz geschaffen und das Organisieren erleichtert werden. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, jedem Gegenstand einen bestimmten Platz zuzuweisen, um Unordnung zu vermeiden. Wenn Sie also für alles einen bestimmten Ort haben, ist es einfacher, Dinge zu finden und die Ordnung auf Recht zu erhalten. Exakt. Sie können Etiketten oder Aufbewahrungsbehälter verwenden, um Gegenstände organisiert und leicht zugänglich aufzubewahren. Ich mag die Idee des Kennzeichnens. Es sorgt für Klarheit und hilft, den Inhalt jedes Behälters schnell zu identifizieren. Die Nutzung des vertikalen Raums ist auch eine großartige Möglichkeit, den Stauraum in einem kleinen Haus zu maximieren. Das ist wahr. Durch die Installation von Regalen oder die Verwendung von Hängeorganisatoren kann wertvolle Bodenfläche eingespart werden. Ein weiterer Tipp ist, einen Reinigungs- und Organisationsplan zu erstellen, um den Überblick über die Wartungsarbeiten zu behalten. Wenn Sie also bestimmte Zeiten für die Reinigung und Organisation festlegen, wird sichergestellt, dass alles in Ordnung bleibt. Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre Sachen regelmäßig überprüfen und neu bewerten, um unnötige Anhäufungen zu vermeiden. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie regelmäßig überprüfen, was Sie haben, können Sie dazu beitragen, einen organisierten Lebensraum aufrecht zu erhalten. Die Investition in funktionale Möbel mit eingebautem Stauraum kann die Organisation zu Hause grundlegend verändern. Möbel, die zwei Zwecken dienen, wie Hocker mit verstecktem Stauraum, können sehr nützlich sein. Bei der Organisation ist es hilfreich, mit einem Bereich nach dem anderen zu beginnen, anstatt zu versuchen, alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Wenn Sie die Aufgabe in kleinere, überschaubare Teile aufteilen, ist der Prozess weniger überwältigend. Sie können auch Ihre Familienmitglieder einbeziehen und jeder Person bestimmte Aufgaben zuweisen. Das Einbeziehen aller fördert das Verantwortungsbewusstsein und macht es zu einer Teamleistung. Ein weiterer Tipp ist die Verwendung digitaler Tools und Apps zum Organisieren von Dokumenten und wichtigen Informationen. Das ist eine tolle Idee. Durch die Digitalisierung können Sie physischen Platz sparen und Informationen leicht zugänglich machen. Schließlich kann die Beibehaltung der Gewohnheit, täglich aufzuräumen, auch für ein paar Minuten, auf lange Sicht einen großen Unterschied machen. Wenn Sie sich also jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, um aufzuräumen, können Sie verhindern, dass sich Unordnung ansammelt. Absolut, John. Beständigkeit ist der Schlüssel, wenn es um die Organisation zu Hause geht. Vielen Dank, dass du diese wertvollen Tipps geteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, mit der Umsetzung zu beginnen. Lektion 4 Lokale Restaurantempfehlung Ja, es gibt ein großartiges lokales Restaurant gleich um die Ecke. Sie servieren köstliches Essen. Das klingt faszinierend, John. Auf welche Art von Küche sind Sie spezialisiert? Es ist ein gemütliches italienisches Restaurant mit einer großen Auswahl an Nudelgerichten und köstlichen Pizzen. Ich bin ein Fan der italienischen Küche. Haben Sie irgendwelche herausragenden Gerichte, die du empfehlen würdest? Ihre hausgemachte Lasagne ist ein Muss. Es ist reichhaltig, würzig und schmilzt im Mund. Ich liebe Lasagne. Ich werde das auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen, wenn ich das Restaurant besuche. Sie haben auch ein fantastisches Tiramisu zum Nachttisch. Es ist der perfekte Weg, um Ihre Mahlzeit zu beenden. Tiramisu ist eines meiner Lieblings-Desserts. Ich kann es kaum erwarten, mich Ihrer Version hinzugeben. Das Restaurant hat ein warmes und einladendes Ambiente und ist somit ein großartiger Ort für ein gemütliches Abendessen. Das klingt wunderbar. Ist eine Reservierung notwendig oder finden Sie normalerweise einen Tisch? Es ist ratsam, eine Reservierung vorzunehmen, insbesondere zu Spitzenzeiten, um sich einen Tisch zu sichern. Das ist gut zu wissen. Ich rufe unbedingt vorher an und reserviere einen Tisch für meinen Besuch. Das Personal im Restaurant ist freundlich und aufmerksam und bietet exzellenten Service. Toller Service verbessert immer das kulinarische Erlebnis. Es trägt zum allgemeinen Genuss bei. Die Preise sind auch angemessen, wenn man die Qualität und die Portionsgrößen der Gerichte berücksichtigt. Das ist ein Plus. Es ist immer schön, ein Restaurant zu finden, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Das Restaurant bietet auch eine schöne Auswahl an Weinen, die Ihre Mahlzeit ergänzen. Eine weitere Sache, gelegentlich haben Sie Live-Musik, was zum Ambiente beiträgt. Live-Musik sorgt für eine wundervolle Atmosphäre. Es klingt nach einem herrlichen Ort zum Essen. Insgesamt ist es ein verstecktes Juwel, das die Einheimischen lieben, und ich bin sicher, sie werden es auch genießen. Danke, dass du diese Empfehlung geteilt hast, John. Ich kann es kaum erwarten, dieses lokale Restaurant auszuprobieren. Du bist willkommen, Anna. Ich bin mir sicher, dass Sie dort ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis haben werden. Lektion 5 Sonnenaufgangs- und Morgenroutinen Ein Sonnenaufgang ist immer ein wunderschöner Anblick. Es gibt mehr Energie für den kommenden Tag. Ich stimme zu, John. Einen Sonnenaufgang zu erleben kann eine friedliche und inspirierende Art sein, den Tag zu beginnen. Apropos Morgen, hast du irgendwelche Morgenroutinen, die dir helfen, deinen Tag zu beginnen? Absolut, John. Eins trinke ich immer, sobald ich aufwache, ein Glas Wasser. Wenn Sie morgens als erstes Feuchtigkeit spenden, können Sie Ihren Körper wunderbar regenerieren und mit Feuchtigkeit versorgen. Ich mache auch gerne leichtes Dehnen oder Yoga, um meine Muskeln zu wecken und die Flexibilität zu fördern. Dehnen ist eine fantastische Methode, um den Blutfluss anzuregen und den Körper auf den Tag vorzubereiten. Ich finde, dass es hilft, meinen Geist zu beruhigen und den Fokus zu erhöhen, wenn ich mir ein paar Augenblicke für tiefe Atemübungen nehme. Tiefe Atemübungen können definitiv dazu beitragen, eine positive und fokussierte Einstellung für den Tag zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner Morgenroutine ist ein nahrhaftes Frühstück. Ein ausgebogenes Frühstück liefert die Energie und Nährstoffe, die Sie für einen guten Start in den Tag benötigen. Ich versuche, Obst, Vollkornprodukte und Protein in mein Frühstück aufzunehmen, um eine abgerundete Mahlzeit zu erhalten. Das klingt nach einer gesunden und nähernden Art, Ihren Körper morgens mit Energie zu versorgen. Ich lege auch Wert darauf, meine To-Do-Liste zu überprüfen und die Aufgaben für den kommenden Tag zu priorisieren. Wenn Sie Ihre Aufgaben planen und organisieren, können Sie den ganzen Tag über konzentriert und produktiv bleiben. Ja, einen klaren Plan im Kopf zu haben, hilft mir, auf Kurs zu bleiben und meine Ziele zu erreichen. Findest du, dass es dir hilft, motiviert zu bleiben, wenn du dir Ziele oder Absichten für den Tag setzt? Absolut, John. Kleine Ziele oder Absichten zu setzen hilft mir, motiviert zu bleiben und gibt mir ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Das ist ein großartiger Ansatz. Es ist wichtig, in unserem täglichen Leben Sinn und Richtung zu haben. Schließlich versuche ich, ein paar Minuten in Dankbarkeit zu verbringen und über Dinge nachzudenken, für die ich dankbar bin. Dankbarkeit zu praktizieren ist eine wunderbare Möglichkeit, eine positive Denkweise zu entwickeln und den Tag mit Wertschätzung zu beginnen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Dankbarkeit auszudrücken, gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Ich werde das im Hinterkopf behalten und versuchen, einige dieser Morgenroutinen in meine eigene Routine zu integrieren. Das ist großartig, John. Ich bin sicher, sie werden dir helfen, deinen Tag positiv zu beginnen. Vielen Dank, dass du deine Tipps zur Morgenroutine geteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, sie auszuprobieren. Lektion 6 Buchungs- und Stornierungsbedingungen Bei der Buchung eines Hotelzimmers ist es wichtig, die Stornierungsbedingungen zu beachten. Absolut, John. Einige Hotels haben strenge Stornierungsbedingungen, besonders zu Spitzenzeiten. Das ist wahr. Wenn Sie einige Tage vor dem Anreisetag stornieren, müssen Sie möglicherweise den vollen Preis zahlen. Es kann ziemlich teuer werden, wenn Sie in letzter Minute stornieren müssen. Ich überprüfe vor der Buchung immer die Stornierungsbedingungen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist besser, sich vorher zu informieren, um Überraschungen zu vermeiden. Was ist, wenn es einen Notfall gibt und ich kurzfristig stornieren muss? Wird mir trotzdem etwas berechnet? Das hängt von den Richtlinien des Hotels ab. Einige Hotels können in Notfällen auf die Stornogebühr verzichten. Das ist gut zu wissen. Es ist beruhigend, eine gewisse Flexibilität zu haben, falls unerwartete Situationen auftreten. Es ist immer eine gute Idee, das Hotel direkt zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken oder Fragen zu den Stornierungsbedingungen haben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist besser, alle Zweifel direkt mit dem Hotelpersonal zu klären. Darüber hinaus bieten einige Hotels flexible Buchungsoptionen mit kostenloser Stornierung bis zu einem bestimmten Zeitraum vor dem Anreisetag. Das ist eine großartige Option, insbesondere wenn Ihre Reisepläne ungewiss sind oder sich ändern können. Beachten Sie jedoch, dass diese flexiblen Optionen in der Hauptsaison oder bei beliebten Veranstaltungen möglicherweise nicht verfügbar sind. Ich verstehe. In geschäftigen Zeiten ist es wichtig, im Wohaus zu planen und Ihre Buchung frühzeitig zu sichern. Ein weiterer Tipp ist, eine Buchung über Reisewebsites in Betracht zu ziehen, die flexible Stornierungsbedingungen bieten. Das ist ein hilfreicher Vorschlag. Es bietet Ihnen mehr Optionen und reduziert das Risiko von Stornogebühren. Es lohnt sich auch zu prüfen, ob das Hotel Rabatte oder Sonderpreise für nicht erstattungsfähige Buchungen anbietet. Das könnte eine gute Option sein, wenn Sie sich Ihrer Reisepläne sicher sind und etwas Geld sparen möchten. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie eine nicht erstattungsfähige Buchung wählen, da Sie weder Stornieren noch eine Rückerstattung erhalten können. Ich verstehe. Nicht erstattungsfähige Buchungen können eine großartige Möglichkeit sein, Geld zu sparen, aber Sie müssen sich Ihrer Pläne sicher sein. Exakt. Es ist immer ratsam, die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Danke, dass du diese wertvollen Tipps geteilt hast, John. Es ist wichtig, die Buchungs- und Stornierungsbedingungen zu kennen. Du bist willkommen, Anna. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, gut informiert zu sein, ermöglicht ein reibungsloseres Reiseerlebnis. Das werde ich bei meinen zukünftigen Buchungen auf jeden Fall berücksichtigen. Es geht darum, informierte Entscheidungen zu treffen. Absolut, Anna. Frohe Reisen und mögen Ihre zukünftigen Buchungen problemlos sein. Lektion 7. Maskenetikette Es ist wichtig, dass Sie Ihre Maske nie vergessen, wenn Sie unterwegs sind. Absolut, John. Ich trage meine Maske immer bei mir, wohin ich auch gehe. Das ist eine verantwortungsvolle Angewohnheit. Das Tragen einer Maske schützt uns und andere. Es ist wichtig, die Maskenetikette zu befolgen und sie richtig zu tragen, wobei sowohl Nase als auch Mund bedeckt sind. In der Tat verfehlt das falsche Tragen einer Maske ihren Zweck. Es sollte dein Gesicht vollständig bedecken. Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen ihre Masken unter der Nase tragen. Es ist wichtig, sie an den richtigen Gebrauch zu erinnern. Du hast recht, Anna. Andere höflich an den richtigen Maskengebrauch zu erinnern, kann helfen, eine sichere Umgebung zu schaffen. Wenn jemand seine Maske vergisst, ist es ratsam, ihm eine Ersatzmaske anzubieten, falls Sie eine zusätzliche haben. Das ist eine nette Geste. Wir sollten aufeinander aufpassen und uns gegenseitig helfen, geschützt zu bleiben. Wenn Sie Ihre Maske jedoch vergessen, vermeiden Sie am besten überfüllte Orte oder erwägen Sie den Kauf einer Einwegmaske. Absolut, Anna. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und einen Plan B zu haben. Ich habe auch Leute gesehen, die Masken mit Ventilen trugen. Es ist wichtig zu beachten, dass Masken mit Ventilen die Ausbreitung des Virus nicht so wirksam verhindern. Das ist ein gutes Argument. Masken ohne Ventile werden für einen besseren Schutz empfohlen. Es ist auch wichtig, wiederverwendbare Masken regelmäßig zu waschen, um Sauberkeit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Regelmäßiges Waschen sorgt dafür, dass die Maske hygienisch bleibt und verhindert die Ansammlung von Bakterien. Ich habe festgestellt, dass es hilfreich ist, eine kleine Tasche oder einen Beutel zu haben, in dem Sie Ihre Maske aufbewahren können, wenn Sie sie nicht verwenden. Das ist eine großartige Idee, Anna. Das hält die Maske sauber und ist bei Bedarf leicht zugänglich. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie Ihre Hände vor und nach dem Berühren der Maske desinfizieren. Die richtige Handhygiene ist entscheidend, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern, insbesondere beim Umgang mit Ihrer Maske. Und vergessen wir nicht, dass Masken kein Ersatz für soziale Distanzierung sind. Wir sollten trotzdem einen Sicherheitsabstand zu anderen einhalten. Absolut, Anna. Das Tragen einer Maske sollte mit anderen präventiven Maßnahmen kombiniert werden, um eine maximale Wirksamkeit zu erzielen. Danke, dass du über Maskenetikette gesprochen hast, John. Es ist wichtig, dass wir alle unseren Teil zur Sicherheit beitragen. Du bist willkommen, Anna. Seien Sie vorsichtig und denken Sie daran, dass das Tragen einer Maske eine einfache, aber wirksame Methode ist, uns und andere zu schützen. Lektion 8 Influenza-Marketing Haben Sie über Influenza-Marketing nachgedacht? Es kann die Sichtbarkeit und Reichweite der Marke erheblich erhöhen. Absolut, John. Influenza-Marketing ist im heutigen digitalen Zeitalter zu einem leistungsstarken Instrument geworden. Influenza haben eine treue Fangemeinde und können Produkte oder Dienstleistungen effektiv bei ihrem Publikum bewerben. Das ist wahr. Die Zusammenarbeit mit Influenzern ermöglicht es Marken, ihren Einfluss und ihre Glaubwürdigkeit zu nutzen. Es ist wichtig, Influenza auszuwählen, deren Werte mit der Marke und der Zielgruppe übereinstimmen. Auf jeden Fall. Authentizität und Relevanz sind Schüsselfaktoren für erfolgreiche Influenza-Partnerschaften. Die Recherche und Überprüfung potenzieller Influenza kann dazu beitragen, sicherzustellen, dass sie gut zur Botschaft der Marke passen. Die Zusammenarbeit mit Mikroinfluenzern kann ebenfalls von Vorteil sein, da sie oft ein sehr engagiertes Nischenpublikum haben. Mikroinfluenza können einen gezielteren Ansatz anbieten und ein höheres Maß an Publikumsbindung erzeugen. Außerdem haben sie in der Regel eine persönlichere Verbindung zu ihren Followern, was zu besseren Konversionen führen kann. Bei der Zusammenarbeit mit Influencern ist es wichtig, klare Ziele und Erwartungen festzulegen. Die Festlegung messbarer Ziele hilft dabei, die Effektivität von Influenza-Marketing-Kampagnen zu verfolgen. Und vergessen Sie nicht, die Leistung und die Auswirkungen der Zusammenarbeit zu überwachen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu Influencern kann auch für die laufende Markenwerbung wertvoll sein. Die Aufrechterhaltung einer offenen Kommunikation und die Unterstützung von Influencern können positive Partnerschaften fördern. Das Anbieten einzigartiger Rabattcodes oder Partnerprogramme kann Anreize für Influencer schaffen und den Umsatz steigern. Die Zusammenarbeit mit Influencern kann auch nutzergenerierte Inhalte und soziale Beweise für die Marke generieren. Nutzergenerierte Inhalte sorgen für Authentizität und ermutigen andere, sich mit der Marke zu beschäftigen. Es ist wichtig, die Werbevorschriften einzuhalten und für Transparenz bei gesponserten Inhalten zu sorgen. Die Offenlegung von Partnerschaften und gesponserten Inhalten schafft Vertrauen beim Publikum und vermeidet rechtliche Probleme. Insgesamt kann Influencer-Marketing eine wirksame Strategie zur Steigerung der Markenbekanntheit und des Engagements sein. Absolut. Es ist ein dynamisches und sich ständig weiterentwickelndes Feld, das für Marken zu großartigen Ergebnissen führen kann. Danke, dass du mit mir über Influencer-Marketing gesprochen hast, Anna. Es ist eine aufregende Straße, die es zu erkunden gilt. Du bist willkommen, John. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lassen Sie uns weiter lernen und uns an neue Marketing-Trends anpassen. Definitiv, Anna. Kontinuierliches Lernen und Anpassung sind der Schlüssel, um in der sich ständig verändernden digitalen Landschaft die Nase vorn zu haben. Lektion 9 – Die Aromen aufpeppen Sie fügen erstaunliche Aromen hinzu. Ich liebe es, beim Kochen Gewürze zu verwenden. Sie können ein Gericht wirklich aufwerten und es köstlicher machen. Unbedingt. Gewürze haben die Kraft, gewöhnliche Zutaten in außergewöhnliche Mahlzeiten umzuwandeln. Ich verwende eine Vielzahl von Gewürzen, aber einige meiner Favoriten sind Kreuzkümmel, Paprika und Kurkuma. Das sind großartige Entscheidungen. Kreuzkümmel verleiht einen warmen und erdigen Geschmack, während Paprika einen Hauch von Rauchigkeit verleiht. Und Kurkuma verleiht nicht nur eine leuchtend gelbe Farbe, sondern hat auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Das ist wahr. Kurkuma enthält Kurkumin, das für seine entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Es ist faszinierend, wie Gewürze nicht nur den Geschmack verbessern, sondern auch potenzielle gesundheitliche Vorteile bieten. Unbedingt. Es ist, als ob Sie Ihren Mahlzeiten eine Dosisgüte hinzufügen. Ich verwende auch gerne Zimt und Muskatnuss beim Backen. Sie bringen ein gemütliches und beruhigendes Aroma. Das Backen mit Zimt und Muskatnuss eignet sich perfekt für warme und einladende Leckereien. Ja, es ist wie eine Umarmung in Form eines Desserts. Ich stimme voll und ganz zu. Gewürze haben die Fähigkeit, Emotionen hervorzurufen und unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen. Das Experimentieren mit verschiedenen Gewürzkombinationen kann aufregend sein. Es ist, als würde man sich auf ein Geschmacksabenteuer einlassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Ausprobieren neuer Gewürzmischungen kann eine ganz neue Welt von Geschmäckern und Möglichkeiten eröffnen. Es ist auch interessant, die Gewürze zu erkunden, die in verschiedenen Küchen auf der ganzen Welt verwendet werden. Durch die Verwendung verschiedener Gewürze können wir unseren kulinarischen Horizont erweitern und globale Aromen schätzen. Es ist wie eine kulinarische Reise, ohne die Küche zu verlassen. Genau. Gewürze haben die Kraft, uns durch ihre verführerischen Aromen und Geschmäcker an verschiedene Orte zu entführen. Danke, dass du deine Liebe zu Gewürzen teilst, Anna. Es ist inspirierend zu hören, wie sie ihre Küche bereichern. Du bist willkommen, John. Es war mir eine Freude, mit dir über Gewürze zu sprechen. Lassen Sie uns weiterhin Aromen erforschen und mit ihnen experimentieren. Definitiv, Anna. Lassen Sie uns die Dinge weiter aufpeppen und köstliche kulinarische Meisterwerke kreieren. Lektion 10 Personalisierte Pizza Peperoni Ich liebe eine klassische Peperoni-Pizza. Natürlich. Es ist eine beliebte Wahl. Aber wussten Sie, dass wir unsere eigenen Pizzen personalisieren können? Wirklich? Das klingt lustig. Wie können wir sie personalisieren? Wir können aus einer Vielzahl von Belegen wählen, wie verschiedenen Käsesorten, Gemüse und sogar einzigartigen Fleischsorten. Das ist aufregend. Ich wollte schon immer verschiedene Kombinationen ausprobieren. Was sind deine Lieblings-Biss-A-Belege? Ich mag eine Kombination aus frischer Mozzarella, Kirschtomaten, Basilikum und einem Schuss Balsamico-Glasur. Das klingt köstlich. Das klingt köstlich. Ich füge meiner Pizza gerne Champignons, Paprika und Oliven hinzu. Es ist toll, eine Vielzahl von Belegen zu haben, die allen Vorlieben entsprechen. Das ist das Schöne an der Personalisierung von Pizzen. Unbedingt. Es ermöglicht uns, kreativ zu werden und unsere individuellen Geschmacksknospen zu befriedigen. Außerdem kann das Personalieren von Pizzen eine unterhaltsame Aktivität für Zusammenkünfte oder Familienabende sein. Ich kann mir vorstellen, dass sich alle versammeln, ihre Lieblingstoppings auswählen und den Prozess gemeinsam genießen. Genau. Es fügt dem kulinarischen Erlebnis ein interaktives Element hinzu. Wenn es um Sausen geht, bevorzugen Sie traditionelle Marinara oder probieren Sie gerne verschiedene Optionen aus? Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Sausen. Manchmal verwende ich Pesto oder sogar Barbecue-Sauce als Basis. Das ist interessant. Normalerweise bleibe ich bei Marinara, aber ich bin offen dafür, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Das ist der Geist. Es geht darum, verschiedene Kombinationen zu erkunden und neue Favoriten zu entdecken. Ich stimme zu. Es ist wie ein kulinarisches Abenteuer direkt in unserer eigenen Küche. Und das Beste daran ist, dass wir die Kruste auch personalisieren können. Dünn, dick oder sogar gefüllt. Ich mag eine etwas dickere Kruste mit einer weichen Innenseite und einer goldenen, knusprigen Außenseite. Es ist faszinierend, wie die Kruste dem Piss-Essen eine ganz neue Dimension verleihen kann. Danke, dass du mich über das Personalieren von Pizzen aufgeklärt hast, Anna. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Erkunden der verschiedenen Belege und genießen Sie Ihre personalisierte Pizza. Das werde ich, Anna. Lassen Sie uns weiterhin unserer kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen und gemeinsam köstliche Pizzen backen. Lektion 11, Mystery Book Club Ich lese auch gerne Kremis. Das ist großartig. Mysterien halten mich immer auf Trab. Sie haben eine Art, den Leser in ihren Bann zu ziehen und ihn bis zum Ende im Unklaren zu lassen. Unbedingt. Der Nervenkitzel, die Hinweise zu enträtseln und zu versuchen, das Rätsel zu lösen, ist so aufregend. Es ist, als würde man sich auf ein Abenteuer einlassen, ohne den Komfort unseres eigenen Zuhauses zu verlassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Kraft eines guten Kriminalromans ist wirklich bemerkenswert. Hast du in letzter Zeit irgendwelche bemerkenswerten Mysterien gelesen? Ja, ich habe kürzlich einen packenden Roman mit dem Titel Der Stille Zeuge fertiggestellt. Er hatte so viele unerwartete Wendungen. Das klingt faszinierend. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Leseliste hinzufügen. Wir sollten einen Buchclub gründen und über unsere Lieblings-Krimis sprechen. Das ist eine fantastische Idee. Es wäre toll, tiefer in die Geschichten einzutauchen und Gedanken auszutauschen. Wir können gemeinsam Empfehlungen austauschen und neue Autoren entdecken. Zählen Sie auf mich. Ich freue mich darauf, mit dir die Welt der Mysterien zu erkunden. Wunderbar! Lass uns eine reguläre Besprechungszeit festlegen und unser erstes Buch auswählen. Wie wäre es, wenn wir uns alle zwei Wochen treffen? Das sollte uns genug Zeit zum Lesen und Diskutieren geben. Klingt perfekt. Nun zu unserem ersten Buch, Wie wäre es mit Gone Girl von Gillian Flynn. Ich habe großartige Dinge über dieses Buch gehört. Es steht schon eine Weile auf meiner Leseliste. Eine hervorragende Wahl. Es ist ein psychologischer Thriller, der uns von Anfang bis Ende beschäftigen wird. Ich kann es kaum erwarten, darauf einzugehen. Lassen Sie uns unseren Buchclub gründen und gemeinsam die Geheimnisse lüften. Einverstanden. Dieser Buchclub wird für uns beide eine spannende Reise sein. Danke, dass du es vorgeschlagen hast, Anna. Ich freue mich auf unsere Diskussionen. Du bist willkommen, John. Es wird eine wundervolle Erfahrung sein. Viel Spaß beim Lesen. Ebenso, Anna. Verlieren wir uns in der Welt der Mysterien und genießen wir unser Buchclub-Abenteuer. Lektion 12, Vertragsrechte Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist wichtig, klare und umfassende Bedingungen zu haben, um alle Beteiligten zu schützen. Absolut. Verträge sollen Rechte und Pflichten festlegen und so eine faire und reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten. Genau. Durch die Aufnahme bestimmter Klauseln können Sie potenzielle Probleme angehen und Missverständnisse vermeiden. Was sind einige wichtige Rechte, die im Vertrag enthalten sein sollten? Erstens sollten die geistigen Eigentumsrechte klar definiert werden, um alle Originalwerke oder Erfindungen zu schützen. Das macht Sinn. Es ist wichtig, festzulegen, wem das im Rahmen des Projekts entstandene geistige Eigentum gehören wird. Darüber hinaus sollten Vertraulichkeitsrechte geregelt werden, um vertrauliche Informationen zu schützen, die zwischen den Parteien ausgetauscht werden. Ich stimme zu. Vertraulichkeitsklauseln sind unerlässlich, um das Vertrauen auf Recht zu erhalten und geschützte Informationen zu schützen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Zahlungs- und Schadensersatzrechte. Es ist wichtig, die Zahlungsbedingungen und alle zusätzlichen Gebühren festzulegen. Absolut. Beide Parteien müssen sich darüber im Klaren sein, wie und wann die Zahlung erfolgt, um Streitigkeiten zu vermeiden. Und vergessen wir nicht die Kündigungsrechte. Es ist wichtig, die Bedingungen festzulegen, unter denen jede Partei den Vertrag kündigen kann. Das ist ein entscheidender Punkt. Klare Kündigungsklauseln können beiden Parteien helfen, den Vertrag bei Bedarf zu beenden. Schließlich sollten Streitbeilegungsrechte aufgenommen werden, um das Verfahren zur Beilegung eventuell auftretender Meinungsverschiedenheiten zu beschreiben. Guter Punkt. Die Aufnahme einer Streitbeilegungsklausel kann den Parteien helfen, eine Lösung zu finden, ohne auf kostspielige Rechtsstreitigkeiten zurückgreifen zu müssen. Insgesamt kann ein gut ausgearbeiteter Vertrag mit umfassenden Rechten eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft bilden. Es ist immer eine gute Idee, einen Anwalt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Vertrag alle erforderlichen Rechte abdeckt. Absolut. Rechtsberatung kann dazu beitragen, dass der Vertrag rechtlich einwandfrei und auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Vielen Dank, dass Sie die Initiative ergriffen haben, sich mit diesen Rechten zu befassen, John. Es zeigt Ihr Engagement für eine faire und transparente Zusammenarbeit. Du bist willkommen, Anna. Ich glaube an die Bedeutung klarer Verträge und des Schutzes aller Rechte. Lassen Sie uns weiter zusammenarbeiten, um es fertigzustellen. Lektion 13 – Expertenrat einholen Das werde ich und wenn ich Hilfe benötige, werde ich um fachkundigen Rat bitten. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie sich von Experten beraten lassen, können Sie Zeit sparen und fundiertere Entscheidungen treffen. Absolut. Manchmal kann ein Blick von außen wertvolle Einblicke und Orientierungshilfen bieten. Es ist wichtig zu erkennen, wann wir Hilfe benötigen und nicht zu zögern, um Hilfe zu bitten. Früher habe ich gezögert, weil ich dachte, ich sollte alles selbst herausfinden. Aber ich habe gelernt, dass die Suche nach Rat ein Zeichen von Stärke ist, nicht von Schwäche. Das ist eine großartige Denkweise. Experten verfügen über Fachwissen und können Lösungen anbieten, die wir möglicherweise nicht in Betracht gezogen haben. Exakt. Ihr Fachwissen kann uns helfen, komplexe Situationen zu meistern und kostspielige Fehler zu vermeiden. Bei der Suche nach fachkundigem Rat ist es wichtig, gründlich zu recherchieren und Fachleute mit einem soliden Ruf zu finden. Einverstanden. Wir sollten nach Fachleuten suchen, die Erfahrung und eine Erfolgsbilanz in ihren jeweiligen Bereichen haben. Darüber hinaus ist es hilfreich, spezifische Fragen oder Bereiche vorzubereiten, in denen wir Unterstützung benötigen, um die Zeit des Experten optimal zu nutzen. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, wofür wir Unterstützung benötigen, können wir gezieltere und wertvollere Ratschläge erhalten. Und denken Sie daran, Experten sind da, um uns zu helfen, nicht um Entscheidungen für uns zu treffen. Wir haben immer noch das letzte Wort bei der Wahl der besten Vorgehensweise. Absolut. Ihr Rat soll uns befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn wir die Suche nach Expertenrat mit Offenheit und Lernbereitschaft angehen, können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen und wachsen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Von Experten zu lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, der uns helfen kann, unsere Ziele zu verbessern und zu erreichen. Lektion 14 – Traditionen teilen Nun, ich habe Ihnen gegenüber erwähnt, dass ich daran interessiert bin, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen, und Sie freuten sich, mir Ihre Traditionen vorzustellen. Das ist fantastisch. Es ist eine großartige Möglichkeit, Einblicke in Ihr Erbe zu gewinnen und Ihre Verbindung zu Ihnen zu vertiefen. Absolut. Ich glaube, dass das Verständnis und die Wertschätzung verschiedener Traditionen den gegenseitigen Respekt fördern und die Beziehungen stärken können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nur wenn wir unsere Unterschiede teilen und annehmen, können wir Vielfalt wirklich feiern. Sie luden mich ein, Sie auf Ihrem bevorstehenden Festival zu begleiten, wo Sie traditionelle Musik, Tanz und Essen präsentieren werden. Das klingt unglaublich. Wenn Sie Ihr Festival aus erster Hand erleben, erhalten Sie einen Einblick in Ihre Bräuche und Feste. Ich freue mich riesig darauf. Sie haben auch erwähnt, dass Sie traditionelle Kleidung tragen werden und würden mir auch gerne etwas zum Anziehen leihen. Das ist eine nette Geste. Wenn Sie sich in traditioneller Kleidung kleiden, können Sie voll und ganz in die festliche Atmosphäre eintauchen. Ich freue mich auch darauf, einige traditionelle Tänze zu lernen. Sie haben angeboten, mir während des Festivals ein paar Schritte beizubringen. Das ist eine großartige Gelegenheit, Ihre Kultur anzunehmen und etwas Neues auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dass du viel Spaß beim Erlernen der Tänze haben wirst. Ich fühle mich glücklich, diese Gelegenheit zu haben, aus erster Hand etwas über Ihre Traditionen zu erfahren und an Ihren Feierlichkeiten teilzunehmen. Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, Anna. Indem du aktiv teilnimmst und Interesse zeigst, baust du bedeutsame Verbindungen zu ihnen auf. Absolut, John. Ich glaube, wenn wir die Traditionen der anderen annehmen und respektieren, können wir eine inklusivere und harmonischere Welt schaffen. Gut gesagt, Anna. Durch diesen kulturellen Austausch können wir Lücken überbrücken und ein Gefühl der Einheit fördern. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, zu lernen und an Ihren Traditionen teilzuhaben. Es ist eine bereichernde Erfahrung, die ich schätzen werde. Genieß jeden Moment davon, Anna. Ihre Offenheit und Ihr Eifer, etwas über Ihre Traditionen zu erfahren, werden sich sicherlich positiv auswirken. Lektion 15, Umgang mit Flugstornierungen Noch ein Flug? Entschuldigung, unser Flug wurde storniert. Kannst du uns bitte helfen? Lassen Sie mich natürlich den Status überprüfen und sehen, welche Optionen für eine Umbuchung verfügbar sind. Danke, Anna. Diese unerwartete Änderung hat unsere Reisepläne durcheinander gebracht. Ich verstehe die Frustration. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Absolut. Wir müssen proaktiv sein und nach alternativen Möglichkeiten suchen, um unser Ziel zu erreichen. Ich sehe, dass es morgen früh einen anderen Flug gibt. Wäre das für uns beide geeignet? Ja, das würde funktionieren. Lass uns weitermachen und die Tickets für den morgigen Flug buchen. Ich werde mein Bestes tun, um die Plätze für uns zu sichern. Manchmal kann die Verfügbarkeit aufgrund von Stornierungen eingeschränkt sein. Ich schätze deine Hilfe, Anna. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, der uns kompetent hilft, diese Situation zu meistern. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie trotz der Unannehmlichkeiten ein reibungsloses Reiseerlebnis haben. Müssen wir noch etwas beachten oder sollten wir zusätzliche Schritte unternehmen? Es ist immer eine gute Idee, sich bei der Fluggesellschaft über jegliche Entschädigung oder Unterstützung zu erkundigen, die sie aufgrund der Stornierung leisten kann. Das ist ein gutes Argument. Ich werde dafür sorgen, dass ich Sie kontaktiere und mich danach erkundige. Außerdem ist es wichtig, alle Dokumente im Zusammenhang mit der Stornierung im Auge zu behalten, zum Beispiel Bordkarten oder E-Mails. Ich notiere mir das. Alles zu dokumentieren hilft uns, wenn wir später Beweise vorlegen oder Ansprüche geltend machen müssen. Großartig! Und wenn Sie weitere Fragen haben oder während dieses Vorgangs Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, diese zu stellen. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Anleitung waren von unschätzbarem Wert. Ich freue mich, dass wir dich auf unserer Seite haben. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie trotz der Probleme unterwegs ein positives Reiseerlebnis haben. Wir schätzen alles, was du für uns tust, Anna. Wir freuen uns darauf, endlich unser Ziel zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass alles klappen wird. Der morgige Flug wird dich auf den Weg bringen und bald wird das nur noch eine kleine Unebenheit auf der Straße sein. Nochmals vielen Dank, Anna. Ihre Professionalität und Unterstützung haben für uns einen großen Unterschied gemacht. Lektion 16 Kaffeemaschine in einem Miniaturhaus Ich habe eine gute Idee. Ich sehe eine Kaffeemaschine in einem Miniaturhaus. Es wäre perfekt für unsere Puppenhaus-Kollektion. Das klingt nach einer herrlichen Ergänzung. Eine winzige Kaffeemaschine würde unserer Miniaturwelt eine realistische Note verleihen. Genau. Stellen Sie sich die winzigen Tassenkaffee vor, die wir unseren Bewohnern des Puppenhauses servieren können. Es wird die Szene zum Leben erwecken. Ich liebe die Liebe zum Detail. Es ist erstaunlich, wie so kleine Objekte den Gesamtscharme der Miniaturen verstärken können. Es geht darum, ein Gefühl von Realismus zu erzeugen und die Essenz des Alltags einzufangen, auch in einer Miniaturumgebung. Ich stimme zu. Es sind die kleinen Details, die die Welt des Puppenhauses verständlicher und immersiver machen. Wir können die Kaffeemaschine zusammen mit anderen Minigeräten wie Herd und Kühlschrank in den Küchenbereich stellen. Das wäre eine gemütliche und einladende Ecke in unserem Puppenhaus. Ich kann es mir schon in meinem Kopf vorstellen. Wir könnten sogar eine Mini-Kaffeeshop-Szene mit winzigen Tischen, Stühlen und eine Ausstellung mit Miniaturgebäck kreieren. Oh, das ist eine geniale Idee. Es wäre ein bezaubernder Ort für unsere Puppenhausbewohner, um sich zu versammeln und ihren Kaffee zu genießen. Und wir können eine Miniaturmenü-Tafel mit verschiedenen Kaffee-Optionen entwerfen. Es wird wie ein echtes Kaffee sein, aber in Miniaturform. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Wir können Miniaturzubehör wie Tassen, Kaffeebohnen und sogar eine Registrierkasse verwenden. Die Möglichkeiten sind endlos. Wir können unserer Kreativität freien Lauf lassen und unser Miniaturcafé zum Leben erwecken. Und das Beste daran ist, dass wir die Dinge ändern können, wann immer wir wollen. Wir können die Möbel neu anordnen und neue Szenen kreieren. Das ist das Schöne an Puppenhäusern. Sie ermöglichen es uns, ständig verschiedene Mini-Welten zu erkunden und zu erschaffen. Es ist ein wunderbares Hobby, das unsere Fantasie und Liebe zum Detail zum Vorschein bringt. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und zu erholen. Absolut. Es ist eine beruhigende und erfüllende Aktivität, die es uns ermöglicht, in eine Welt voller Miniaturen zu entfliehen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit an unserem Puppenhauscafé zu beginnen. Es wird eine wunderschöne Ergänzung unserer Sammlung sein. Ich freue mich auch darauf, Anna. Sammeln wir alle Materialien, die wir brauchen, und erwecken wir unser Mini-Café zum Leben. Ich kann mir das Lächeln auf unseren Gesichtern schon vorstellen, wenn es fertig ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Unsere Bewohner des Puppenhauses werden mit ihrem eigenen Café verwöhnt. Lektion 17 – Die neue Nachbarschaft erkunden Hallo! Hatten Sie die Gelegenheit, unsere neue Nachbarschaft zu erkunden? Es gibt so viele interessante Orte zu entdecken. Ja, ich bin in der Gegend spazieren gegangen. Es ist sehr reizvoll, mit einzigartigen Geschäften und wunderschönen Parks. Das ist toll zu hören. Ich freue mich darauf, es gemeinsam zu erkunden. Wo sollen wir anfangen? Wie wäre es, wenn wir mit dem örtlichen Park beginnen? Ich habe gehört, dass es dort schöne Wanderwege und einen kleinen See gibt. Exzellente Idee! Es wird eine erfrischende Art sein, die Natur zu genießen und gleichzeitig etwas Bewegung zu treiben. Auf jeden Fall! Außerdem können wir einige unserer neuen Nachbarn kennenlernen, die vielleicht auch die Vorteile des Parks nutzen. Das ist ein gutes Argument. Die Verbindung zu unseren Nachbarn wird uns helfen, uns in der Gemeinde wohler zu fühlen. Nach dem Park können wir das nahegelegene Kaffee besuchen. Ich habe gehört, dass Sie köstliches Gebäck servieren. Klingt nach einem Plan. Die Erkundung der Nachbarschaft wäre nicht vollständig, ohne einen gemütlichen Ort für Kaffee und Leckereien zu finden. Und es ist eine großartige Gelegenheit, lokale Unternehmen zu unterstützen und einen Vorgeschmack auf die Aromen der Gemeinde zu bekommen. Absolut! Es ist wichtig, in die lokale Kultur einzutauchen und die einzigartigen Angebote zu nutzen. Mir ist auch eine Buchhandlung gleich um die Ecke aufgefallen. Für Buchliebhaber wie uns könnte es einen Besuch wert sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Buchhandlungen haben die Möglichkeit, uns in verschiedene Welten zu entführen und unser Wissen zu erweitern. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir auf ein verstecktes Juwel oder einen Buchclub, in dem wir andere Buchliebhaber treffen können. Das wäre fantastisch! Der Aufbau von Verbindungen und Freundschaften innerhalb der Community sollte uns Priorität einräumen. Apropos Verbindungen, ich habe ein Gemeindezentrum in der Nähe gesehen. Sie organisieren oft Veranstaltungen und Workshops. Wir sollten Ihren Zeitplan überprüfen. Das ist eine brillante Idee. Die Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten hilft uns dabei, Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen teilen. Es geht darum, ein Zugehörigkeitsgefühl aufzubauen und eine starke Gemeinschaftsbindung zu fördern. Absolut! Unsere neue Nachbarschaft hat so viel zu bieten und es liegt an uns, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ich freue mich darauf, einzutauchen und alles zu erkunden, was dieses Viertel für uns bereithält. Gemeinsam werden wir versteckte Juwelen entdecken, wundervolle Menschen treffen und dafür sorgen, dass sich dieses Viertel wie zu Hause anfühlt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Auf neue Anfänge und endlose Abenteuer in unserer neuen Nachbarschaft!